Im Studio begrüße ich jetzt Norbert Röttgen, er ist CDU-Außenpolitiker und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Schönen guten Morgen, Herr Röttgen. Einen guten Morgen. Die Vereinten Nationen wollen, sollen für internationalen Frieden und Sicherheit sorgen. Wie wichtig ist diese Organisation eigentlich noch? Im Ukraine-Krieg ist sie jetzt nicht als Vermittlerin aufgetreten. Es gibt dann einerseits, andererseits würde ich sagen, einerseits heute fängt die Generalversammlung an. Vor dem Forum der Welt wird das Unrecht des Krieges angeklagt. Und das ist wichtig, dass es dafür Öffentlichkeit gibt, dass Rechtsbruch und Unrecht und Krieg angeprangert werden, in die Öffentlichkeit gebracht werden. Und Putin kommt nicht, Xi Jinping kommt auch nicht. Also das ist gut. Und auf der anderen Seite, lähmt ist das wichtigste Organ der Vereinten Nationen, der UN-Sicherheitsrat. Dort gibt es fünf Vetomächte, Russland, China sind zwei von diesen fünfen. Und dieses wichtigste Gremium ist gelähmt, paralysiert. Und es kann nicht arbeiten. Und darum ist auch die UN in dieser Frage am Ende gelähmt. Jetzt haben elf Staaten, unter anderem Belarus, Kuba, Nordkorea und Syrien, also rund um Russland kurz vor Beginn, einen Brief verfasst, in dem sie schon angekündigt haben, gewisse Beschlüsse der UN-Vollversammlung zu boykottieren. Sie haben es ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet. Wie gespalten ist diese Institution also? Gut, das sind Syrien, Nordkorea und andere, die sind Staaten, sofern sie überhaupt noch funktionierende Staaten sind, die das Recht sowieso nicht anerkennen, die Außenseiter sind. Und jetzt für sich ein bisschen vielleicht die Chance als Gruppe, ich versuche nach einem Begriff für diese Unrechtsstaaten, die Außenseiter der internationalen Gemeinschaft, die halten sich sowieso an nichts. Und dieser Konflikt ist so, dass auch viele immer versuchen, für sich daraus Vorteile zu ziehen. Und die kommen jetzt sozusagen als die Gauner, Gauner ist noch zu harmlos, als die Verbrechergruppe der internationalen Gemeinschaft zusammen und versuchen für sich eine Rolle zu finden, eine Ausrede zu finden, internationales Recht nicht zu beachten. Andere machen aus den Energieblockaden ihre, ziehen sie ihre Vorteile, indem sie billiger Energie beziehen. Das ist ein Teil der Situation, wenn Krieg besteht, gibt es auch Kriegsgewinnler und sollte dies werden. Welche Rolle spielen die Länder des globalen Südens? Meine Meinung ist, den globalen Süden gibt es nicht. Das ist Indien, Sri Lanka, Argentinien, Chile, Sierra Leone. Das ist nicht eine Einheit, aber wir haben sozusagen eine Macht, die Macht ist zerbröckelt und es suchen sich jetzt neue Machtzentren. Und in dem Konflikt zwischen China vor allen Dingen und dem Westen, das ist der eigentliche Konflikt, suchen beide Seiten Verbündete, Alliierte. Und der Westen war lange ignorant, auch arrogant und hat das China überlassen. Und jetzt stellen wir fest, in der internationalen Politik zählt, wer hat die meisten Freunde und Verbündete. Darum holt man jetzt auf. Und diese Gruppe von Staaten, die man jetzt so zusammenfasst, wird darum auch machtpolitisch wichtiger. Das ist der Kern der Entwicklung. Es geht um weitere Hilfe für die Ukraine, die auch heute besprochen wird. Unter anderem auch in Rammstein beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe. Im Fokus steht zum Beispiel auch die Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Sie haben vor kurzem gesagt, Sie finden es, Zitat, unverschämt, dass die Bundesregierung die Lieferung nicht zusagt. Ist aber eine ordentliche Prüfung und Sorgfältigkeit nicht geboten? Absolut. Alles muss sorgfältig sein. Es muss abgewogen werden. Nur, da wird jetzt ein halbes Jahr schon abgewogen. Und darum halte ich das alles für Ausreden. Und die Unverschämtheit sehe ich darin, wenn der Bundeskanzler sagt, wir müssen eine Reichweitenverkürzung dieses effektiven Instrumentes, das nur auf ukrainischem Territorium gegen russische Aggressionen eingesetzt wird. Wir müssen eine Reichweitenreduzierung herbeiführen, denn sonst könnte die Ukraine weiter auf russisches Territorium schießen. Die Ukraine tut das seit 18 Monaten nicht. Sie versichert, wir tun das nicht. Wir wollen nur unser eigenes Territorium verteidigen. Und wenn dann immer noch und immer noch der Ukraine, die jeden Tag Menschen verliert, die angegriffen wird, der Ukraine Misstrauen geäußert wird, dann habe ich das so bezeichnet, ich habe dafür kein Verständnis. Die Ukraine könnte deutlich weiter militärisch sein, wenn sie diesen Marschflugkörper bekommen hätte, schon vor einem halben Jahr. Zum Schluss noch eine Frage zu der Äußerung von Außenministerin Annalena Baerbock. Im Vorfeld der Generaldebatte hat sie den chinesischen Staatschef Yi als Diktator bezeichnet. War das unklug oder hat sie einfach die Wahrheit gesagt? Beides. Inwiefern? Man muss dafür bezahlen, es lohnt sich nicht, wenn sie das als Außenministerin macht. Und darum hätte ich es ihr nicht geraten. Ich glaube, es mag auch im Überschwang eines englischen Interviews gewesen sein, dass diese Formulierung gefallen ist. Es gab ja schon mal so eine Situation, wo sie auch in einem englischen Interview gesagt hat, wir sind im Krieg mit Russland. Also man muss dort auch seine Worte kontrollieren, weil sie Außenministerin ist und hat es Folgen. Und man muss für solche Äußerungen dann in der Regel immer etwas bezahlen. Das lohnt sich nicht, dann sollte man es besser sein lassen. Norbert Röttgen war das von der CDU, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.